Italien hat gegen den US-Handelsriesen Amazon eine vorläufige Geldstrafe von 121 Millionen Euro verhängt. Die Summe wurde über eine sogenannte Notfallverordnung beschlagnahmt, teilte die italienische Behörde mit. Der Grund dafür, Amazon soll Versandaufträge illegal an Subunternehmen vergeben haben, um Steuern zu sparen und Arbeitskräfte systematisch auszubeuten. Ähnliche Ermittlungen wurden von der Mailänder Staatsanwaltschaft bereits gegen Logistikunternehmen wie DHL und UPS eingeleitet.